Lebe ich noch, lebe ich noch, lebe ich noch? Oh mein Gott, ich lebe noch. Boah! Du bist wie ein Tankbleed. Mich kriegt nichts mehr tot. Mhm. Sagte er und entdeckte den ersten Giga. Ich hab dir das grad mitbekommen, was ich gesagt hab. Nee, irgendwas mit viel Leben und du bist ein Tank und keiner kriegt dich mehr tot. Mhm, ich hab nen Rüstungswert von 1153. Nice. Also, die Robbe immer vorschmeißen und dann... Mich eigentlich ganz geil, die Strategie. Böder, Robbe. Ja. Hast du deinen Be-Ride-Back geändert? Äh, nein. Ich hab zwei Be-Ride-Backs drin. Und ich variier einfach so. Welcher war das jetzt? Ich hab mich drauf geachtet. Der, wo auf einmal auch Videos angezeigt werden. Ach so, ja, das hab ich jetzt überall, meinen AFKs. Das sind die letzten drei Videos, die gepostet worden sind. Aber ich glaube, keiner reilt, dass tatsächlich das, ähm... die drei verschiedene Kanäle sind. Das ist generell immer schwierig, den Leuten zu flickern. Kannst du da Text runter machen noch? Nee, das, was da schon als Text ist. Mehr kann ich da nicht machen. Ja. Ja. Sonst können wir ja die Kommandos hier für den Chat eingeben oder sowas. Ja, leider nicht, leider nicht. Sind auch keine Links, sondern einfach nur so ein Bild, ne? Ja, ja. Oder sieht cool aus. Ja, ich hab schon gefragt, ob das nicht zu nervig ist mit diesem Spin-Around und so weiter. Oder ob es zu kurz da ist. Ja, aber... Wir haben gesagt, dass es halt zu schnell ist. Ja, ich konnte das, aber ich hab nicht gesehen, wo man das einstellt, dass man das länger hat und so. Ja, vielleicht kann ich das auch gar nicht einstellen oder so, aber... Kann auch sein, ja, das weiß ich nicht genau. Ich mein, be right back, also, kann man ja nutzen, ne? Ja. Ich wollte irgendwann mal so ein witziges Video machen, weißt du? Mal gucken, ob das geht. Das war mal so eine fixe Idee vor Ewigkeiten. Das ist eigentlich auch nicht so schwer. Du hast doch ganz damals, ähm, mit einem... Ob so ein Gran Canaria-Video oder sowas. Ein Shooting-Video. Echt? Mal lass uns nicht. Doch. Ah ja, stimmt. Oh mein Gott, ja. Ja, dieses mega... Es war so ein bisschen... Oh, ich kam mir immer vor wie so der fällige Großkotz. So, oh mein Gott, wie cool ich bin. Ich laufe in Slow... Ich laufe in Slow-Mo in einer Wüste mit einem Pullover rum. Was ja auch total ironisch war, ja. Ja, stimmt. Ja, aber hatte ich auch mal. Und so ein Video wollte ich quasi in echt machen, aber so ein witzig halt. Oh je. Wow. Mit der Robbe, die für mich tanzt. So. War nicht dir gewidmet, das so je. Okay. Wisst ihr mal, was meine Community vor mir hält? Und sowas schimpft sich, Freund. Mhm. Ja. Bei dir ist es ein... Oh nein. Ja, ja. Aus diesem Grund gönne ich der Robbe auch gar nichts. Nix. Weil die Robbe doof ist. Doof. D-O-O-V. Das ist schon fast fies. Was ist fies? Das ist die Ehrlichkeit. Ich komm gleich mal mit meiner Shotgun vorbei. Ja, ich komm gleich mal hier mit meinen Kackekäfern vorbei. Ich schreibe dir das Wort doof in deine doofe Hauswand. Ja, und ich lass meine Kackis das Wort doof in deinen Garten kacken. Oh, das wäre... Das wäre ja nützlich. Das wäre schon ziemlich witzig, oder? Die Kacke kann ich halt gebrauchen. Tja. Ja. Weil ich bin halt netter als du und kein Arschi-Barschi. Alter, ein Barsch. Aber sonst geht's euch gut, ja. Nee. Nee, die ist doof. Nee, du bist doof. Marco, die ärgert mich. Du ärgerst mich. Die gleich. Marco, 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 Marco. Knauze Tim. Knauze Tim. Einfach Probleme. Haben wir nicht. Nein, nein. Wir mussten nur kurz das regeln. Das ist nice. Aber schön. Ich liebe das, wie wir klären, dass ich ja der Großartigere von uns bin, Pido. Aber wer hält es hilft? Jeder. Mann, ich will ein Pferd. Na, das funktioniert nicht. Muss ja irgendwie... Find ich schon. Nein, Quatsch. Das ist Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Gibt's die Überschrecker oder so, wo man das nächste Pferd findet? Nee, I'm sorry. Aber wenn ich eins sehe, schreie ich dir zu. Hatte Kirk nicht ein weißes gesehen? In der Nähe von... Aber ich reite hier gerade rum. Ja, da war Level 9. Ach so. Hab ich gegessen. Ich will zum Beispiel sagen, die größerartige Robby, das ist halt Pido. Das wäre schon echt traurig für Pido, wenn ich die großartige Robbe von uns beiden wäre, oder? Jetzt mal ehrlich, das wäre schon irgendwie disturbing. Ja, aber in gewisser Weise muss ich jetzt schon aufpassen, weil du schon mehr blubberst als ich. Ja, danke. Das habe ich immer als Kind geübt. Weißt du? Geblubbert? Ja, so in den Kakao, so bub. Das ist so viel Wasser, wie du blubberst. Das stimmt. Das stimmt. Halt dich mal ran, Pido. Find ich da schon echt neidisch. Hast du gar keine Blubbermaschine zu Hause? Kriege ich doch nicht eine Blubbermaschine. Dann blubber mal mehr. Das ist auch umweltfreundlicher. Perfekt. Und ähm ... Also, Kirk schreibt wegen Pferd, Hauptbase links durch die Tür und dann weiter hinter den Berg, danach rechts geradeaus. Wenn das ein weißes Pferd beim Grünhofen, hat das Piet aber schon gegessen, ne? Fortwörtlich. Hauptbase rechts habe ich gekillt. Achso. Ja, aber Hauptbase links, schreibt Kirk. Vielleicht guckst du da nochmal. Da war so ein pinkes, ja. Pinkes. Ja. Das war Level 87, glaube ich. Das hab ich verkackt. Pink. Schade aber auch. Außer in vier Stunden schon wieder der Gatscher. Äh, der Klausi, Mausi. Mausi, Schmausi. Okay. Ich schaffe, du auf die Geschenke bist. Da ist so gutes Zeug drin. Ja, ist auch bestimmt der Fall. Na ja, kümmert du dich um deine Schmelze. Mach ich ja, die ganze Zeit. Ich bin so fleißig, schon seit Stunden dran. Das glaubt mir kein Schwein. Ich bin wirklich fleißig dran. Ach, seit Stunden schon. Ich bin wirklich seit Stunden dran. Das ist wirklich kein Scherz. Ach, die macht halt heute wirklich noch nichts anderes. Ja. Du hast so lange eine Schmelze zu bauen. Ja, halt so eine Industrie-Schmelze. Du brauchst 800 Obsidian. Du brauchst 5000 Eisen. Ja. 2500 Eisenerz. Genau. 2500 Eisendingz. Da will ich nicht mal Farmen sehen. Mega viel Öl. Deswegen bin ich ja so krass dran. Und die ganze Zeit. Das Schmelzen dauert so lange. Ja. Deswegen bin ich da auch so fleißig, Mann. Dass das endlich geschehen ist. Damit ich endlich die Abwehr, ähm, Abwehr-Türme bauen kann. Wo ich die Drachen killen kann, ohne dass sie meine ganzen Dinos killen. Damit ich endlich das Spiel spielen kann. Oh, finally. Exakt. Einer versteht mich. Vogel. Endlich kann ich meine Farben bauen. Ich muss jetzt erstmal hier noch ein bisschen warten. Mal gucken, wo der hochkommt. Aber das mit den Drachen ist halt echt ein Problemchen. Deswegen bin ich da so fleißig dran. Du könntest dir auch einfach einen Drachen holen und damit selbst Stress machen. Das wäre gegen die Regeln. Du stellst die Regeln auf. Mhhh, ne. Du gehst einfach alle. Aber irgendwann mag ich trotzdem mal sehen, wie ein Drache so ist. Ja, ich auch. Ich wette, du musst, äh... Ich mach dir eigentlich Larex. Unserer? Ja. Du steht da schön rum und kackt fleißig. Nice. Ihr kennt das ja. Uh! Hast du dir so viele Korrupte? Was wollen die alle vor mir? Ja. Leih mir noch mal deine Knutschkuhl aus, Fido. Hm. Ich brauche nämlich noch einen besseren mehr Stein. Hm. Und mit dem besseren meine ich übelst viel mehr Stein. Puh. Ich brauche so viel Stein, dass ich gar nicht mehr weiß, wie viel Stein ich brauche. Ja. Holy moly. Mhm. So. Wie viele Mikroraptoren sind hier denn zur Hölle? Der Fünfter. Wirklich, wortwörtlich alle. So. Wie bitte? Hast du nicht aber alle bestellt? Ja, aber neu bestellt. Das ist doof. Ja. Ja. Ja, dann musst du das nächste Mal dich klarer ausdrücken. Ja. Aber jetzt weiß ich immerhin, wo die Kacke hin ist. Sie war bei mir auf dem letzten Slot. Ja, gut. Nicht... Nicht gegessen? Nee, doch nicht gegessen. Glück gehabt. Das ist immer gut, wenn man Kacke nicht isst. Ich liebe deine weißen Sprüche, Tim. Ich vergesse immer, wie dieb die eigentlich sind. Die kommen aber auch aus Erfahrung. Ja, das stimmt. Ja. Irgendwo müssen die ja kommen. Das ist... Das stimmt. Ich mag die Stille, die jetzt gerade entstanden ist. Ja, ja. Kurz weg. Gleich. Manchmal brauchst du halt die Stille, um die Akons leere zu machen. Mhm. Ja. Wie hoch muss der Zaun sein, bis ich mal so... größtenteils sicher bin? Hm. Nochmal was? Wie hoch muss der Zaun sein, bis ich größtenteils sicher bin? Zwei, hätte ich jetzt gesagt, ja. Zwei hoch. Okay. Ja, ich mache wahrscheinlich insgesamt drei hoch. Aber das müsste dann reichen, oder? Hm, ja. Ich müsste jetzt nicht, was drei... Ich müsste jetzt nichts, was drei Dinger hochspringen kann. Erbräuntes können da drüber, auf jeden Fall. Ja, gut. Also... 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 Wobei nur zwei hoch, oder? Nee, Rexe kommen auch drei, glaube ich, drüber. Ja. Ehrlich. Nee, das kann nicht sein. Es ist nie ein Rex. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe ein Pferd gefunden, Piet. Aber ich habe leider keinen Fernrohr, um zu gucken, welches Level das ist. Ja. Es sind zwei Stück. Direkt bei mir, wenn du Nordwest portest, so ein bisschen hinter dem Hügel. Guck ich vielleicht mal. Aber eins ist pink. Ich hoffe, es ist niedrig vom Level. Ich guck mal eben. Zwölf. Das ist dir wahrscheinlich zu... zu wenig, ne? Ja, finde ich das gern. Ganz unabhängig von der Farbe, natürlich. Ja, ja. Ja? Das andere... Da sind noch insgesamt... Was war das Level? Zwei. Zwölf. Zwölf. Hm. Dann guck ich mal, dass noch so ein blaues, welches Level das hat. Jetzt hast du keinen Fernrohr verloren, oder? Nee, ich habe alles Wichtige reingetan in mein, äh, Dingsbums. Fünfzehn hat das eine noch, und das andere... Äh... Dreißig. Hm. Naja. Hast du keins davon? Mhm. Ja, wir haben vorhin eine Aktion im Wasser gemacht. Da habe ich alles, was ich habe, weggetan. Machst du das selbe Mal. Hallo allerseits. Wie bitte? Was hast du gesagt? Sorry, sorry, sorry. Ich habe es ja kurz nicht verstanden. Dasselbe wie das letzte Mal. Was... War denn das letzte Mal? Wo wir die Wasseraktion gemacht haben. Ach so, nee, noch schlimmer. Noch schlimmer, Marco. Diesmal wesentlich öfter gestorben, mit noch mehr Versuchen. Also auch mit so Armbrustsachen und mit meinem Itchy. Aber es hat alles nicht funktioniert. Aber wir haben diesmal Equip verloren, ist das Problem. Das ist halt ein bisschen uncool. Also, wir hatten uns so eine Taucherausrüstung gemacht, und die ist jetzt komplett weg gewesen. Ach so, Scheiße. Hm. Die kamen halt wirklich nicht dran, egal wie wir es probiert haben. Hat die Zitter alle, oder? Ja, ja. Und dann, weißt du, die kommen halt alle. Auf einmal sind da 15 Stück gewesen. Und egal wie man die wegjagt, die kommen wieder zurück. Und sind schneller als du mit Taucherflossen. Die sind schneller. Ah, das war ein bisschen doof, leider. Das war wirklich... Stress pur bei denen. Ja, leider. Aber da muss man noch was dagegen tun können. Ja, wahrscheinlich. Also, der Tipp, den ich bekommen habe, war eine gute Armbrust haben. Ähm, aber ich habe halt eine weiße mitgenommen, weil die blaue wollte ich jetzt nicht verlieren, so. Und bessere habe ich halt nicht, da und so. Ich habe Pech gehabt, so. Ist halt manchmal so. Ja. Ja. Ich meine, ich habe ja auch alles verloren. Deswegen. Ja. Huch, hat der Sierra gespeichert? Ich speichere immer zu vorne. Ah, okay. Okay. Ich habe aber das Gefühl, dass der immer gefühlt. Ja, manchmal. Dings. What? Passiert mittlerweile viel gleichzeitig. Ja, wenn wir auch zu viel suchten, dann ist das halt auch so, ne? Ich töne mal auf damit. Oh, sorry. Der Klausi. Ach, da kommt er. Oh, das ist ja. Blauer Turm. Naja. Aber wirklich ein guter Tipp mit den Käfern. Also auch wenn da wenig Öl bei rumkommt, es kommt Öl bei rum. So peu a peu. Mit dem. Mit Kacke, ja. Mit dem Scheiß. Dann kommt da Dung raus und auch Öl. Ich meine, wir haben jetzt 171 Öl. Das ist auch nicht so viel. Aber so Stück für Stück kommt immer mehr. Hm. Da musst du die Dinger halt noch mal haben. Kann man die züchten? Hm, ne. Die sind, glaube ich, geschlechterlos. Ja, die sind geschlechterlos. Verhalten. Paarung aktivieren. Doch. Geschlecht N-V. Guck mal. Ja, trotzdem mit. Mit dem anderen. Ich hab die Paarung jetzt aktiviert. Nix passiert. Kacatruder. Kann ich denen hier... Ich schmeiße die aufeinander. Kacapupu. Auf, mach mal Kinder. Hm, funktioniert nicht. Die haben keinen Bock auf Liebe. Ja, das ist halt manchmal. Kommt schon. Wenn der Steine Mama mich dazu zwingen würde, hätte ich auch keine Lust. Das glaube ich dir nicht. Hm. Ich glaub, da würdest du sagen, oh mein Gott, ich bin am Start. Wo kann ich helfen? Die griechen ja sogar schon auseinander, die beiden. Ja, die haben... Die mögen sich halt nicht so. Du kannst Liebe nicht erzwingen. Ja, die riechen halt beide noch scheiße. Ja, aber das ist doch positiv, Mann. Oh, ich hab mich grad erschrocken. Ich dachte mir, what the fuck, was ist das für ein riesen T-Rex? Aber das ist ja unsere. Ich hab schon Angst. Nee. Hm. Da keins. Nee, Freundchen. Ich kann mir den Schnürsenkel zu machen. Ich hab ein IQ von mindestens 60. Was war die Frage gerade? Meine Mutter. Hey. Hä? Ziemliche Pupilchen. Da wird man auf einmal, ja... Ja. Auch einfach noch das... Käfer kann man nichts. Andere gesteckstlose Tiere. Ja, aber schon. Käfer wollen halt einfach nicht. Käfer wollen halt einfach nicht. Und auf einmal. Mhm. Da müsste noch ein Törchen zugemacht werden. Steintor, ne? Steintor ist größer als ein Holztor. Kann das sein? Für sie brauchst du ja Zaun von am Ende, ne? Ja, das machst du doch, Marco, ne? Ja. Da kümmerst du dich doch bestimmt. Ja. Weiß. Wie schön die alle mit dem Schwänzchen wedeln. Als wären das alles Dirigenten. Tweet. Was sind Dirigenten? Was für Musik spielen die? Weiß nicht. Kannst du dir... Kannst du dir selber denken. Hm, Geschlechterlos. Was sind Dirigenten? Bleibachter sind sich noch so einen dritten Kackakäfer zu holen. Ich brauche schon viel Öl. Bitte? Ich brauche schon viel Öl. Ich frag, ob das Sinn macht. 400 Stück, ja. Und ich habe jetzt gerade so lange noch gefarmt. 171. Also immer noch wenig. Ich würde jetzt sagen, ich habe eine Menge Öl, aber ich habe nicht mehr... Okay. Ja, was? Scherzbold. Ja, Ölbaron. Geht's zu den Drachen. Vielleicht haben die Öl. Hm, wahrscheinlich. Wir müssen verhandeln. Wir können drüber reden. Geben Dir Öl, wenn du ihnen alle Tiere gibst. Also. I receive oil. You receive Opfernagung. And you receive them. Opfernagung. Opferlamm. Ne, ne, ne. Da bin ich nicht dafür. Da kann es nur eines geben. Lämmer wäre nicht geöpfert. Geöpfert. So. Öpfer. Oh, ne. Er weiß nicht. Mit Akzent beleidigen ist irgendwie nicht so... Jetzt sind wir halt gerade Öpferlamm gesorgt. Ja, aber heißt doch auch so. Verstehe ich nicht. Ein Opfer. Nicht Öpferlamm. Verstehe ich nicht. Jetzt old vollam. «Da ist kein Öpferl...» Ne, da ist ein O. Da ist ein Ö. Ö ist da. rivers 57 wollt ihr den haben. Ne Parteifinals 2 Dankeschön. Krieg die Augen nicht. Wie viel Geld. Wasibilität. Dann wollen wir halt noch mal mit Ausverkauf losbrettern. Ein kleiner Bretter-Raptor. Oh, wer ist denn da unten? Hi. Wer ist da unten? Hier, neben mir. Nein. Ich bin ich nicht. Okay. Dann hau ich mal ab. Oh, wie schnell ist denn bitte meiner? Wie witzig. Oh mein Gott. Weiß ich nicht. Nicht so viel, 129 oder so. Ich kann leider nicht gucken. Das ist richtig lustig. Oh mein Gott, ist das cool. Wo willst du eigentlich hin? Wo ich hin will? Da, ob ich die ganze Zeit war. Warum? Sachenfarmen. Da hoffen wir da so ein Endgespawnd. Warum? Candys geben aber auch immer auf verschiedenen Speedboost. Hm. Ich hab angesehen, mit 15% war das Höchste. Ich hab nur den Primitiven. Das primitive Candy. Killt die in die ganzen Ferne. Ja, soll ich ja. Damit die nachspawn. Oh. Oh. Ab doch, regel mal. Oh. Das haben die kaputt gemacht. Das Schülchen. Verschärftes Dino-Tor. Dankeschön, Sweetheart. Lieb von dir. Auch zwei von denen. Ich brauch aber nur ein Tor, oder? Also, und da brauch ich zwei Tore. Eins reicht. Eins brauchst du. Eins, ja. Das kommt toll drauf an, was du optisch haltar willst. Das sieht aus, als wär's nur eine Tor, aber... Äh, das sieht aus, als ob du so eine Tür-Dings hast. Oh, wenn du in den Speed die ganze Zeit hast. Ah, wat? Wat? Das ist mein Ausverkauf. Entschuldigung, ich hab mich nicht gemütet, leider. Sorry. Ja, alles gut. Verschämlich, schämlich. Oh, wow. Aber ich werd mal sagen, ja. Wir wollen es. Wieiii. Du, 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 du. Wieder auch den Booty-Shake. Das ist einfach so sweet, ne? Sweetheart. So, jetzt bin ich halbwegs... Naja, nicht halbwegs sicher, aber ich bin... Ich bin ein Viertel sicher. Ein Viertel sicher. Ich bin mal eine Tür eingebaut. Ja. Und alle Dinos, die nicht hüpfen können, können nicht bei mir rein. Okay. Merke, da gibt's ein Problem. Gut, dass es hier nur Tiere gibt, die hüpfen können. Ja. Ja, ich, ähm... Ja, die nächste Geschichte braucht wieder ein bisschen Steinmeiß. Ich find das übrigens sehr sympathisch, dass die... Bitte was? Da exklusiv Kängurus nur. Hm. Alter. Was ist das denn für ein... Das ist mal rot. Das ist aber echt in den Farbtop gefallen. Aber so richtig, ne? Es ist so... So hell. Man kann da gar nicht mehr reingucken. Warte mal. Warte mal. Oh Gott, jetzt hab ich mal Gamma runtergemacht. Das leuchtet im Dunkeln. Abgefahren. Oh je. Okay, jetzt bin ich mal optimistisch. Jetzt hoffe ich... Wenn ich mal das Ding zwei hoch hab, dann kann ich ja gut die... Die Dinge mal... Wenn ich... Hier sind zwei Alpharaptoren. Nice. Dann kann ich ja gut mal die... Äh... Abtoren ausbrüten lassen. Wenn ich... Wenn das... Wenn das Tor zwei hoch ist. Äh... Nicht das Tor, die Wand. Ich kann mir ja hoffentlich nix mehr was anhaben. Ja. Was dann geht. Mong. Und dann kommt die Drache. Das ist... Oh. Yeah. Geiler Revolver, ey. Ich hab einfach nur Pech. Ist nur Metall. Gibt's ja nicht. Peterbock hat's ja nicht unbedingt viel Holz, gell? Nee. Nee. Nee, fahrt ich halt einfach rüber zu Wannerheim. Ja, nee. Das ist nicht das Ding. Also... Ich will ja das mit dem... Ich muss immer hin und her mit dem... Äh... Ja. Kloppsi-Bopsi. Oh, shit, 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 shit. Blub. Herr Ressourcentechnik, das ist echt ein bisschen blöd. Schon blöd. Nix. Krieg mal hier noch die Krise, wenn das so weitergeht. Hm. Ah, Bronto-Eye. Erstmal aufheben. Allihallo. Oh, na. Der Bronto genau daneben. Am I a joke to you? Was soll man darauf antworten? Wie lange der gepresst hat? Weißt du, wie lange der darauf gewartet hat, bis das Rei auskommt? Der ist halt... Der hat halt legit gerade erst gelegt. Das sind halt starke Muggies. Oh, und dang it. Was soll ich sagen? Das Leben ist halt ein ewiger Kreislauf an Eierklauern und Eierpressern. Ähm. Da der Mensch nicht dafür gemacht ist, Eier zu pressen, haben wir natürlich nur die andere Rolle. Die Eierklau-Rolle. Ist so. Ist so. Ich weiß, es klingt hart. Es klingt hart philosophisch, du. Danke, danke. Wir spielen ohne Mons. Ah, was ist denn? Nix passiert. Chill, chill, chill. Oh. Gut, ich bleib da mal stehen und versuche von hier mitzumachen. Natürlich, hier ist es ein bisschen schwierig. Boah. Ne, ich bin nicht tot. Du musst dir das anfangen. Pass auf. Da habe ich immer noch meinen Raptor-Dude und der Regel. Das ist immer der Ausverkauf, ne? Keiner... Ja, nein, ist aber ausgekauft. Oh! Ist halt wirklich ausgekauft. Da habe ich erschrocken. Es hat die Rating-Musik. Presence, komm mal mit. Du wirst jetzt wieder entführt. Mal den Nacken-Schaden hoch. Meine Zwecke. So. Perfekt. Also wir spielen ohne Mons. Rein Vanilla. Ja. Ihr macht wieder einen auf Grange. Hm? Klaut alles. Hä, wieso? Ich klau nur deinen Klau-Kin. Das wird jetzt wieder entführt. Ja? Nein, ich klau nicht. Ich entfühe. Dann hat es... Dann ist gut. Ach so, wieder die... Knut-Kugel. Ja, ich brauche Steine. Kannst du ja auch den Ankel losnehmen. Also der wird auch gar nicht gebraucht hier. Der kann halt alles andere, aber keinen Stein hacken. Das kann der auch gut. Doch, wenn du mit rechts klickst, boof, fliegt das erstmal schön weit weg. Also hab ich schon öfter betrachtet. Ja. Ja. Okay, danke. Klar. Bitte, ich bin kein Rechtsklick. Doch, doch. Ich möchte der Rechtsklick sein. In deinem Leben. Das passt. Besser als das Mausrad. Na ganz einfach. Ganz klar. Wenn man das Mausrad ist, dann ist man so langweilig, dass man gescrollt wird. Und der Rechtsklick ist in den meisten Games besonders. Ist so. Der Linksklick ist so random. Also ich fand das süß. Der Linksklick ist die Hauptaktion. Ach, du bist die Hauptaktion. Oh, danke schön. Gerne. Selber Hauptaktion. Selber Hauptaktion. Wobei, Tim ist auch so ein Linksklick. Es gibt keine größere Aktionstaste als Tim. Ist so. Tim, mach mal. Weiß es nicht, wie ich das werden soll. Oh, positiv. Positiv. Du bist ja klicky. Klickst. Klick, 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 klick. Das ist ja schon ein interessantes Kompliment. Du bist ein Linksklick. Ja, finde ich auch. Und du, du bist ein Mausrad. Und du bist anwesend. Noch nie so. Wow. Und du bist, du bist eine Leertaste. Ah. Und daraufhin schreibt Wiesel, hast du gerade gesagt, Tim sei fett? Ja, das waren die anderen. Oder so. Ich bin fest. Ich glaube tatsächlich, es gibt kein... 10 Kilo Proteinschecks trinken. Mehr, mehr. Aber die sind nicht zum Abnehmen. Ja, weiß ich. Wenn du auf die Jahren suchst bei... Ey, passt schon. 35, 35 ist extrem viel. Ja, egal. Ich bin jetzt extra weg von dir, damit ich nicht deins nehme und du wieder böse bist. Richtig weit weggegangen. Keine Ahnung, wo ich bin hier in meinem Leben. Aber Hauptsache nicht bei dir, um deins zu klauen. Verlaufen. Ja, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Also in der Mitte ist so ein See und das ist ja immer der Wunderpunkt hier. Ein Schaf! Hat jemand eigentlich Gemüsekuchen? Nö. Ja, aber schon wieder Drachen. Hier können aber keine Drachen sein eigentlich. Das denkst du. Außer sie können fliegen. Aber das wäre ja... Natürlich können sie fliegen. Aber was machen die dann hier? Das wäre ja abliegt, Vater. Oh, wie cool. Das ist mein neues Follow-Dingsbums mit so kleinem Feuerwerk. Das ist ja heiß. Aber jetzt mit Zaun, ja, ne? Ja, ja, ja. Das habe ich gefixt. Das war eine Frau an die Technik. Ich regle das. Kein Problem. Nee, das war tatsächlich... Wow! Guck mal, ich kriege hier nichts geschenkt von den Leuten, ne? Die gönnen mir auch nicht das Dreckige unter den Nägeln. Ist so. Ja, ist so. Geschenkt kriegt ja niemand was. Das sollten wir ja auch. Weil ihr tolle Leute seid, aber da habe ich mich wohl hart geirrt, ihr Penner. Ja, man sieht die bei uns. Manchmal erbt sich halt den Menschen. Ihr seid doof. Du wirst angefangen. Das stimmt, das stimmt. Das habe ich schon verdient. Das lehme ich halt kein Ponyhof. Du bist kein Ponyhof. Du bist ein Schaf. Ein Schaf. Darf ich ein Veto einlegen, um mal so eine Raupe zu zähmen? Ja, sollen wir das zusammen machen? Ich kann auch so witzig hüpfen. Ja, aber ist halt auch schon wieder so ein Schluckding. Das ist das Problem. Wobei, das ist halt weniger Pflug als ein Eichhörnchen, finde ich. Es ist genauso wenig Pflug wie ein Eichhörnchen. Das Eichhörnchen kann ja auch noch gleiten. Das ist ein Schnabeltier und bei dem Schnabeltier geht es mir nicht darum, das zu fliegen, sondern es um es zu besitzen. Ja, weil es süß ist. Exactly. Vor allem das Schnabeltier kann ja nur kurz gleiten. Das fliegt ja nicht. Das gleitet ja nicht. Genau, gleiten ist was anderes als fliegen, Wiebke. Wieso bekomme ich denn immer Ärger, wenn du irgendeinen Shit willst? Wollen wir uns alle so ein Schnabeltier zählen? Ja, weil dann steht das nur drumrum, ohne dass wir es nutzen. Ja, aber das reicht doch. Ah, Schnabeltier! Lass uns das machen, wenn wir das Kibbel dafür haben, okay? Ich habe das Kibbel dafür. Was braucht das denn für Kibbel? Ich glaube, Lidernis. Okay. Weißt du, was das Ding ist? Dann können wir das Parry nennen. Nein, ich habe das Kibbel dafür noch nicht. Aber wir laufen halt so viele Schafe rum. Ey! Da hinten rollt eins. Das soll ich mit Träufer wechseln. Das stimmt. Ja, weil ich hier auch der Stein in der Falle. Aber das ist... Hallo? Oh Mann. Aber das Mausrad wird häufig mit dem Mittelfinger gerummelt. Ist doch auch... Ja gut. Ja gut, ja gut, ja gut. Das ist so safe und so einfach und so schnell gemacht. Aus dem Grund reißen wir uns alle zusammen, obwohl mein allerliebster Dino der Tapajara ist. Und ich hätte so gerne ein Tapajara. Vor allen Dingen, es gibt Tapajaras mit so schönem Muster. Tausende. Ja, aber es ist ja kein Flugdino. Ein Tapajara ist kein Flugdino. Nein, ich meine das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen, das gleitet sehr weit. Das ist ein Flugdino. Das zählt halt dazu. Du weißt gar nicht, wie weit das gleitet. Du hast es ja noch nie ausprobiert. Ich habe aber zugeguckt, wie weit das wegfliegt, wenn du draufboxt, Mann. Habe ich sehr wohl gesehen. Das ist doch wie mit Endbossen im Spiel, wenn du dir als spielbaren Charakter freischaltest. Die können doch noch auch nichts. Stopp mi mi mi. Freundchen. Und guck mal, das Schnabeltier ist perfekt für Kibbel. Soll ich dir sagen, warum? Weil es... Du bist doch nur scharf auf die tausend Brüste. Lol, da ist ein Portal. Ja, guck mal, da kann er auch nichts sagen. Das hält die... Uah! Ja, gut. Da ist ein Portal. Bei dir. Was? Bei dir ist ein Portal. Das ist das, was wir... Das ist so ein Boss-Portal. Das musst du mal aktivieren und ganz schnell wegrennen. Lass mal. Nee, ist dann für Pete über eine Überraschung. Da freut er sich. Sagst du, oh mein Gott, das ist für mich? Danke. Kleine Sweetheart, so zwei Du, was auch immer das ist. Ich glaube, den Dos-Modus, den kennen wir noch nicht. Aber es klingt halt für mich, dass zwei sind... Also ich habe mehrere Vermutungen. Das Ganze basiert hier ja auf schon wieder Edda, ne? Deswegen... Es gibt zwei Hunde von Odin. Ja. Dass es sein könnte... oder es sind zwei Drachen. Oder zwei Eisriesen. Bei was denn? Jedes Hospital? Ja. Das ist meine Vermutung. Zwei Drachen, zwei... Ja, das klingt halt für mich wie die Hunde. Ach so, Leute... Wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen nicht, was das ist. Ich habe nichts gelesen. Kann das jemand löschen? Ich habe nicht geguckt. Ich habe nicht geguckt. Oh. Ein Sekunde. Ich bin ganz kurz afkar. Gleich wieder da. Wer hat jetzt Spoiler-Boy gemacht? He's for back! Das war's für heute.